Herzlich willkommen bei DWS Online. Ich bin Stefan Krivelin und ich empfehle Ihnen die beiden Online-Seminare Aktuelle Brennpunkte der Umsatzsteuer Teil 1 und Teil 2. Nachdem wir uns im Teil 1 die Gesetzesänderungen und die Verwaltungsanweisungen angesehen haben, gehen wir im Teil 2 auf weitere wichtige aktuelle Entwicklungen der Umsatzsteuer ein. Vor allem zwei Themenblöcke. Alles was so im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bei der Umsatzsteuer zu beachten ist. Da gibt es natürlich auch bei der Umsatzsteuer gewisse Billigkeitsregelungen, Neuregelungen, die mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Da verschaffen wir uns einen Überblick drüber. Und zusätzlich Schwerpunktthemen für die Praxis. Da gibt es ein paar sehr kritische Bereiche, die ich Ihnen dort vorstellen möchte in dem Online-Seminar. Zum einen mal 13b Umsatzsteuergesetz, der sich zu so einer echten Steuerfalle entwickelt und zum anderen der Dauerbrenner Rechnungen. Da gibt es drei neue BMF Schreiben, die sich alle mit dem Thema Rechnungen beschäftigen und deswegen auch dieses Thema noch mal sehr ausführlich beleuchtet im Online-Seminar, sodass Sie dann insgesamt wieder auf dem aktuellen Stand sind. Was ist alles zu beachten in der Umsatzsteuer zu Beginn vom Jahr 2022? Ich freue mich, wenn wir uns im Online-Seminar sehen.